Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85 und das erste Projekt im Jahre 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass wir gemeinsam jetzt GTA London zocken können. Ich gehe mal kurz in die Optionen rein, aus dem einfachen Grund, dass die, ja sonst geht die Demo los und das möchte ich gerade einfach nicht. Ja, ein paar Worte möchte ich kurz eben vorher loswerden. Eigentlich hättet ihr gestern schon den ersten Part sehen sollen. Woran lag's? Tja, der Alex hat wieder ein bisschen Mist gebaut. Ja, die erste Aufnahme im neuen Jahr und ich habe da wieder gleich Probleme gehabt. Also ich hatte eigentlich schon fünf Parts aufgenommen. Ich habe schon fünf Parts aufgenommen. Wir hatten schon die ersten beiden Bereiche sogar geschafft. Also ich habe mich tatsächlich echt gut geschlagen und ihr glaubt es mir jetzt wahrscheinlich nicht, weil es gibt kein Beweismaterial. Ja, komischerweise ich hatte halt aus dem Memory Card Menü der Playstation die Aufnahme gestartet. Und dann gab's wohl, äh, ja, als ich dann die Aufnahme-Software gestartet habe, eine kleine Unterbrechung. Ich weiß da an, ja, weil, weil wenn das Spiel startet, keine Ahnung, da war kurz die Verbindung anscheinend flöten. Und, äh, danach hatte ich halt nur Ton und Schwarzbild und das konnte ich aber während der Vorschau nicht sehen. Ja, dadurch habe ich dann leider fünf Parts umsonst aufgenommen und es war eigentlich eine sehr erfolgreiche Aufnahme, wie gesagt. Aber der Vorteil ist, ähm, ja, ich kenne mich jetzt schon ein bisschen mit dem Spiel aus. Äh, ich weiß so ein bisschen, äh, wie die Aufträge sind. Und, äh, vielleicht schaffe ich es ja nochmal sehr gut. Also ich bin auch nicht wirklich gestorben, glaube ich. Oder einmal oder zweimal höchstens. Und, ähm, ja, jedenfalls hat eigentlich ganz gut geklappt alles. Wir werden das Ganze jetzt aber trotzdem nochmal gemeinsam erkunden. Und ihr könnt das tatsächlich auch sehen. Ich gehe mal kurz auf fertig, denn ich habe ja nach den Bereichen gespeichert. Und, äh, wenn ich jetzt auf Spiel laden gehe, ich mache das einfach mal, dann könnt ihr sehen, was wir schon geschafft haben. Aber, ja, theoretisch können wir auch von vorne wieder anfangen. Machen wir wahrscheinlich auch. Aber, äh, Moment, ich gucke mal eben kurz, ob ich euch das überhaupt zeigen kann. Oh Gott, das, ja, das muss ich sagen. Also das, äh, Memory Card Menü ist sehr, sehr langsam. Er braucht erst mal, um das alles aufzubauen. Und ich finde es auch schön, dass man hier die ganzen anderen Spiele sieht, die hier drauf sind. Wie zum Beispiel Croc und Croc 2 und Medi Evil, alles hier drauf. Hier ist auch GTA 1. Genau, hier. Ähm, das könnte ich jetzt laden. Ich mache das mal. Ähm, ich bin sicher, dass ich das laden möchte, ja. Und, ähm, hat geklappt. So. Genau, den habe ich mir als Spieler genommen, diese Maurice Cain hier, ne? Und, ähm, den können wir sogar umbenennen, sehe ich gerade. Das machen wir mal eben kurz. Ja. Habe ich das letzte Mal eigentlich gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe mir schon einen flüchtigen Namen gegeben. Also wir nennen uns mal einfach Alex, ne? Das ist, glaube ich jetzt schon sinnvoll irgendwo. So. Plopp. Alex ist gut. Ähm, ähm, was muss ich jetzt machen? Auswählen? Ja, auswählen, ne? Genau. Ja, und hier seht ihr es. Das ist praktisch die Intro-Mission. Boys Will Be Thieves. Da gibt es nur eine einzige Mission. Die werden wir aber trotzdem natürlich gleich machen. Dann das erste Gebiet hier. Ähm, ich glaube, wir müssen nur 100.000 Pfund sind es ja hier erreichen, um in das nächste Gebiet reinzukommen. Also im Hauptspiel war es ja, glaube ich, ein bisschen mehr. Da mussten wir ja auch immer Dollar sammeln. Und hier bei Pfund ist es anscheinend ein bisschen weniger. Ähm, das hier habe ich auch geschafft. Da mussten wir anscheinend 200.000 erreichen. Und hier müssten wir jetzt normalerweise starten. Aber wie gesagt, ähm, das hatte ich mir jetzt für die nächste Aufnahmesession aufgehoben. Da wir jetzt aber nichts geschafft haben, ja, fangen wir nochmal von vorne an. Und, ähm, ja, wir starten einfach mal. Ich mag diese Big Pen, äh, Soundeffekte. Das ist total geil. Ach ja. Kommen jetzt eigentlich diese tollen Cutscenes auch wieder? Ja, gut, ich will gar nicht von einer Cutscene sprechen, aber, ähm, sehr, sehr geile Sequenzen, die gleich kommen. Ähm, hat schon was. Der Ladebildschirm ist dafür sehr, sehr trashig. Aber es ist ja auch ein altes Spiel. Und ein geiles Spiel, muss ich schon sagen. Ich habe es nie wirklich gespielt, tatsächlich. Nur als Let's Play mal gesehen. Oh. Okay. Wenn du dich ein bisschen amüsieren willst, geh ans Telefon in Nord-Ost-Chelsea. Werden wir tun... Jetzt klappt es gar keine Intro, ne? Hm. Soll ich die mal umfahren? Ah, hat nicht geklappt. Ja. Ähm, natürlich wollen wir eigentlich die Telefonmission erst mal machen. Da oben ist gerade eine Nachricht reingekommen. Das Testergebnis ist zurück. Es ist deins. Ja. Gut. Also wir machen es jetzt einfach nochmal hier, würde ich sagen. Und, ähm, gucken wir mal, wie wir zurechtkommen. Das größte Problem an diesem Spiel, was ich hatte, was ich eigentlich immer noch habe, ist, äh, der Linksverkehr. Man muss sich ja echt an den Linksverkehr gewöhnen. Also das ist natürlich, wir sind hier in London, ne? Und, äh, da haben wir halt immer Linksverkehr. Das ist, äh, nicht so einfach. Für mich. So, ich gebe mal das Telefon. Es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Im Vergleich zum Hauptspiel. Du hast doch sicher schon von den Chris-Svillings gehört, nicht? Sie wollen einen Mod-Scooter für ihre Mutter. Was heißt, äh, äh, dass du einen willst. Also besorg dir einen im Zentrum von Chelsea und dann sehen wir ja, ob du was kannst. Genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir lernen so ein bisschen die Stadt dabei kennen. Ich habe ja auch schon eine Karte aus dem Internet gezogen und die hier nebenbei aufgemacht, dass ich mich so ein bisschen zurecht finde. Ich habe jetzt da oben gerade nicht gelesen. Also, ich glaube, er sagt mir gerade nur, dass wir darüber halt Nachrichten kriegen können. Und wie gesagt, ähm, äh, ja. Wir können entweder Telefonmissionen machen oder halt oben ab und zu mal auf unseren, ja, was ist das eigentlich, so ein Telecommunicator da. Auf diesen, auf diesen, ja, auf diesen Benachrichtigungsteil-Dingsbums da oben. Da können wir auch gucken und dann hin und wieder mal, ähm, eine Mission machen. Da gibt es natürlich auch Kohle für. So, da ist der Roller. Ich bin, glaube ich, eben schon dran vorbeigefahren. So. Warte! So klang das gerade. Okay. Bring den Scooter zu Harold Cartwright. Von Bonanza oder was? Äh, Wohnung in Südosten von Mile End. Wenn du ihm, so, gefällst, hat er vielleicht was für dich zu tun. Ich habe auf den Texte geguckt. Wieso sucht mich die Polizei? Ich kann nicht... Ich laufe weg. Scheiße. Ich habe keine Waffe. Ich habe gar nichts. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Beim letzten Mal wurde ich, glaube ich, auch festgenommen. Kann ich rein? Sehr gut. Okay, das war jetzt nicht geplant. Ich will eigentlich nur über den Platz fahren, dass der mich in Ruhe lässt. Okay, so. Jetzt schneide ich mir den Roller wieder. Geht er gut los hier im ersten Part, ganz ehrlich. Ich weiß noch, also gestern... War das gestern? Ja, gestern habe ich aufgenommen, richtig. Am Sonntag. Jetzt ist es eigentlich eine Montagabendaufnahme, was für mich ja sehr ungewohnt ist, dass ich nach der Arbeit noch aufnehme. Aber ich wollte euch ja eigentlich mit Videos versorgen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewurmt, tatsächlich. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, also gestern wurde ich dann tatsächlich geschnappt von der Polizei und musste dann praktisch nochmal wieder zu dem Roller hin. Also die Mission war dann nicht abgebrochen, sondern ich konnte einfach wieder hinfahren. Das war sehr nett. Diesmal ist es ein bisschen eleganter gelaufen. Und wir haben jetzt eigentlich schon oben drei Polizeiköpfe. Also eigentlich müsste die Polizei schon richtig wild hinter uns her sein. Aber ich glaube, weil es die Trainingsmission ist, passiert noch nicht allzu viel. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Aber die kann hier auch schon ganz schön nervig sein, die Polizei. Da sollen wir anscheinend rein. Aber ich habe das bisher noch nicht so mitgekriegt. Also ja, man wird verfolgt. Das ist schon richtig. Aber nicht so extrem wie im ersten Teil. So, jetzt haben wir einen roten Pfeil. Das kennen wir auch noch aus dem Hauptspiel. Wenn wir nämlich ein Gebiet geschafft haben, in diesem Fall ist es jetzt wirklich nur eine Einführungsmission gewesen, dann können wir zu unserem Auftraggeber hier hin und warten einen kleinen Moment und dann geht der Cutscene los. Jetzt kommt, glaube ich, erst die Cutscene. Richtig, dann haben wir doch alles richtig gemacht. So, in Soho sind wir gerade. Ich gucke gerade auf die Karte, wo das ist. Der hat so einen ganz merkwürdigen Dialekt. Also das war jetzt kein typisch englischer Dialekt. Das klang eher so ein bisschen... Also ich weiß nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Vielleicht sollte es auch so komisch klingen. Ja, jedenfalls haben wir es geschafft. Wir könnten jetzt sagen, momentan speichern. Mache ich jetzt aber tatsächlich nicht, weil ich habe ja eigentlich alles schon gespeichert. Deine Mama wäre stolz auf dich. Wir machen jetzt direkt mit dem ersten großen, richtigen Gebiet weiter. Und wir gucken mal. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute auch wieder so zwei bis drei Folgen aufzunehmen. Das heißt anderthalb Stunden. Und dann gucken wir mal, ob wir das wieder hinkriegen. Das hat nämlich gestern auch ganz gut geklappt vom Timing her. Und dann, ja, schauen wir mal. Ja. Es gab auch so ein paar ganz nette Situationen, die ich natürlich jetzt alle nicht so wiederholen kann. Das ist ja oft so Situationskomik, aber ich habe mich, glaube ich, nie selbst in die Luft gesprengt oder sonst irgendwas. Also eigentlich keine dummen Sachen, aber ein paar waghalsige Aktionen hatten wir schon dabei. Aber vielleicht haben wir jetzt ja auch wieder ein paar ganz gute Sachen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr Bock auf GTA London habt. Es ist nicht so umfangreich wie das Hauptspiel. Es ist eigentlich nur ein Add-on. Damals, glaube ich, musste man das Hauptspiel haben. Habe ich jetzt erfahren. Hat mir jemand geschrieben in meinem Infovideo? Äh, ich gucke jetzt kurz in den Text. Okay. Wir holen uns erstmal unseren Auftrag ab. Ähm, also man brauchte damals tatsächlich das Hauptspiel. Ah ja, wir können Infotafeln einsammeln. Könnt ihr gerne nochmal mitlesen, wenn ihr wollt. Da steht halt einfach nur, wie wir uns hier zurechtfinden. Ist aber alles sehr, sehr ähnlich zum Hauptspiel. Ja, also man brauchte halt das Hauptspiel GTA. Und dann konnte man sich dieses Mission-Pack, so hieß es oder heißt es eigentlich. Ähm, konnte man sich dann dazu holen. Und dann hatte man halt praktisch dieses neue Gebiet. Mit, äh, fünf oder, ne, vier Missionen soll es, glaube ich, sein. Und, ähm, ja, so ist es. Also hier, ich habe die Collector's Edition. Da ist das tatsächlich eine einzelne, also ein einziges, ein einzigartiges Spiel. Ja, also ein, ja, ein Spiel, was man selbstständig spielen kann. Mein Gott, so. Ich steige jetzt mal aus. Natürlich auf der falschen Seite. Und nehmen wir mal den ersten Auftrag hier weg. Und wir gucken mal. Die Gebrüder Knowles haben fünf Riesen einkassiert. Lord, Harold, bist du der Mann für den Job. Geh das Marmeladenglas holen, das wir in Ost-Camberwell vorbereitet haben. Ja. Da war eben gerade übrigens mein Lieblingswagen. Es gibt hier so einen Wagen, der hat so diese Union-Jack-Optik. Der fuhr da gerade eben lang. Und der ist richtig geil. Also wenn ich den mal zwischendurch erwischen sollte innerhalb einer Mission und ich habe gerade die Zeit oder so umzusteigen, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Weil ich den einfach nur geil finde. Hey. So. Ja, also wie gesagt. Der Linksverkehr ist wirklich das größte Problem, was ich hier habe. Was? Ich muss doch deine Tochter heiraten. Ja. So, wir gucken erst mal. Ja, ich habe gerade die Nachricht da oben gelesen. Nicht wundern. Also ich habe da oben jetzt eine Pistole. Wir können natürlich auch die Waffen wieder durchschalten. Wie wir das auch gewohnt sind. Mit R2 habe ich alles schon rausgefunden. Das ist echt ein Vorteil jetzt. Allerdings, bevor ich jetzt die großen Aufträge annehme, hätte ich schon ganz gerne eine vernünftige Waffe. Also zumindest ein Maschinengewehr. Ich gucke gerade schon mal so ein bisschen die Schleichwege hier durch. Und er hofft, dass wir vielleicht eine Kiste finden. Ja, das ist schön, dass der mir genau wieder vor die Fresse ging. Darf ich den Wagen nehmen? Ich möchte meinen Union Jack Wagen haben. Ich finde den geil. Dankeschön. Der Jack Swinger. Der ist optisch geil und der fährt auch cool. Das ist so ein geiles Fahrzeug. Nein, nicht kaputt machen. Das Schwarze. Das sind übrigens die Taxis. Oder die Taxen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. War in den 60ern aber anscheinend so. Also 69. Ach, jetzt muss ich den Wagen wechseln. Oh, schade. Also der hatte auch Untertitel 1969, das Spiel. Und, ähm, ja. So, okay. Das heißt, dass im Nordosten von Bohr ein Deal mit den Knowles gestalten läuft. Unser Eigentum betrifft. Hier sehe ich schon rum. Ja, mache ich. Ja. Machen wir doch. Ja, das finde ich halt auch eine schöne Sache bei diesem, ähm, GTA-Teil. Man hat halt echt komplett verschiedene Autos und alles andere Fahrzeuge, weil es echt komplett auf England gemünzt ist. Was ich echt schön finde. Die haben nicht nur halt den Linksverkehr bedacht, auch die ganzen Fabrikate, die ganzen Fahrzeuge. Das ist total geil. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich glaube, dass ich hier nicht so richtig bin. So. Oh, ah, komm. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht, ich wollte gerade sagen, ein Encheafment-Fück gibt. Aber wir sind ja auf der Playstation 1. Ähm, ob es da irgendwie, keine Ahnung, eine Belohnung-Fück gibt, wenn man alle Infos einsammelt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann ja auch welche einsammeln, wenn ich welche sehe. Sollen wir mal hier abbiegen und gucken, was hier so ist. Ich habe jetzt ja gerade keinen Zeitdruck im Nacken. Da ist eine Kiste. Ein Flammenwerfer. Ja, warum denn nicht, ne? Ja. Ein bisschen aufpassen sollte man hier schon. Man kann natürlich auch hier wieder aus Versehen ins Wasser fahren. Das geht schon. Habe ich aber tatsächlich, glaube ich, noch nicht gebracht. Nee. Nicht in meiner ersten guten Aufnahme, an die sich keiner erinnern wird, weil sie nicht mehr existiert. Das ist schon ein bisschen traurig. Oh, hier sind noch ein paar Telefone. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Oh, da ist doch mal ein Union Jack. Oh, geil. Aber ich möchte, ich muss diesen Wagen behalten. Ah, ich wollte dich nicht überfahren. Sorry. Äh, ja. Genau. Es gibt Titan-Schilder. Also diese Ampeln, äh Ampel, Laternen. Die sind so hart, dass man da einfach nicht drumherum fahren kann. Äh, drumherum kann man schon fahren, aber dass man da halt ein bisschen aufpassen muss. Ich glaube, ich muss hier aussteigen. So, was war jetzt hier? Mit dem Flammenwerfer notfalls? Mal gucken, was da überhaupt die Sache ist. Was sagt er mir jetzt? Diese verdammte Notstecke, mach's dich fertig. Keiner darf, Harry, sagen. Okay. Hi. Ich glaube, der brennt. Ja, das war's, ne? Da ist noch eine Kiste. Guckt aber im Raum. Ah, Maschinengewehr, sehr gut. Ich steppe ja mal mein Auto wieder. Der sollte einfach nur sterben. Ja, hat geklappt. Sogar Blut dabei, ne? Und was ich festgestellt habe, die Leichen bleiben sogar ziemlich lange liegen. Und manche Fahrzeuge, die hängen echt noch, keine Ahnung, zwei, drei Stunden später, nachdem ich sie irgendwo in Sand gesetzt habe oder irgendwo, keine Ahnung, so eingeklemmt habe in irgendeiner Gasse. Das hatte ich auch. Dann ist der Waren da noch zu finden. Also das ist, also das Spiel merkt sich tatsächlich ziemlich lange, die, äh, ja, verschrotteten Autos und so. Und halt da auch Leichen. Das ist echt interessant. Das war beim, oh, ich bin beim Polizeirevier, deswegen ist hier so viel los. So, äh, 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 vielleicht sollte ich hier mal weg. Direkt beim Polizeirevier sollte ich vielleicht hier nicht so viel Chaos machen. Ich gehe mal weg. So. Schnell. Aber, oh, Verzeihung, Verzeihung, das wollte ich doch nicht. Ah, die Bäumchen, ne? Und der Polizeifunk ist auch angepasst, das hört man. Das sind ganz andere Sprüche. Ich meine, es ist ja auch gut, dass wir es gemacht haben. Ich meine, es spielt jetzt in England. Es muss ja alles ein bisschen anders sein. Und das finde ich richtig klasse. Und natürlich die ganzen, äh, Stadtteile und so. Also Chelsea hatten wir jetzt, glaube ich, hier schon gesehen. Äh, gibt's natürlich alles. Jetzt sind sie euch plattfahren, ne? Ja, sie sind euch plattfahren. Das war der falsche. Scheiße. Komm jetzt her, du Sack. So, einen noch. Hä? Ein Kopf ist wieder weg. Oder was? Nee. Oder war das eben schon drei? Ich dachte. So, wo ist er, der letzte Penner? Oh, Waller. Wo läuft er? Wo? Nein, ein Bulle. Nein. Der ist direkt neben mir ausgestiegen. Das war gerade gar nicht gut. Hi. Du Arschloch. Ich bin direkt bei der Polizeistation hier. Das ist nicht gut. Ich komm hierher, du Sack. Das ist schon wieder polizist gewesen. Ich, ich stell mich hier gerade echt an. Habe ich ihn jetzt? Nein, habe ich nicht. Das ist doch nicht. Können wir den jetzt langsam mal erledigen? Dankeschön. Fahr weg. Es ist aber immer noch einer zu erledigen anscheinend. Oh Gott, 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 oh Gott. War das denn gestern auch so lange? Oder habe ich die gestern vielleicht gar nicht geschafft? Also ich habe, also das muss ich dazu sagen. Ich habe nicht jede Mission geschafft. Ähm. Weil ich dann auch mal geschnappt worden bin. Und, äh, manchmal. Oh, hi. Was ist das? Polizei, Bestechungsgeschenk. Geil. Das war jetzt Glück. Ha. Sehr gut. Also das gibt es ja auch wieder, Bestechungsgeschenke. Erledigt. So. Haben wir sie alle. Oh, jetzt habe ich wieder vier Stück. Mann, um dich wimmelt es ja nur so von Bullen. Sieh zu, dass du rüberkommst zu Harold Strestor Barrel im Zentrum von Camptown. Ja, okay, ich versuche das mal. Oh, da ist eine Kiste. Soll ich mal mitnehmen? Weiß nicht, ob das was Tolles ist. Ja, anscheinend habe ich das schon vollklappt. Also was ich noch haben muss, ist auf jeden Fall hier so ein, ähm, du kommst aus dem Gefängnisfreikarte. Ganz, ganz wichtig. Hatte ich gestern immer, durch Zufall anscheinend auch nur gefunden, aber ich hatte immer eine in petto. Und ich habe es auch zweimal gebraucht. Aber die ist echt wichtig, weil das Blöde ist, wenn wir halt von der Polizei geschnappt wären, das kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Hauptteil, dann, ähm, sind alle Waffen weg zum einen. Und der Multiplikator ist weg. Und der Multiplikator ist halt was ganz Wichtiges. Das ist diese gelbe Zahl, die ihr da oben rechts neben unserem Punktestand seht. Die kleine gelbe. Und, äh, nach jedem, ähm, geschafften Auftrag erhöht er sich. Ne, das kennen wir auch schon aus dem Hauptspiel. Das heißt, wenn wir den Auftrag hier geschafft haben, werden wir einen Multiplikator von zwei haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und, ähm, deswegen möchte ich das halt als gerne behalten, ne? Das ist fatal, wenn das dann irgendwann weg ist. Äh, hallo? So, rein da. Sehr schön. Genau. Jetzt kann man uns erkennen. Wir haben einen Multiplikator von zwei. Und die Polizei ist uns auch nicht mehr im Genick. Das ist sehr, sehr schön. In Ordnung. Geh ab ans Telefon. Ja, okay, machen wir. Wir haben mehr Arbeit. Die Bösen ruhen nie. Genau. Sehr schön. Erstmal ein Auto geschnappt. Das lief echt schon sehr gut. Oh, oh, oh. Darf ich dich haben? Sorry, aber da kann ich nicht widerstehen. Ich wage den Wagen. Wir werden das wahrscheinlich noch ein paar Mal erleben, dass ich den unbedingt haben möchte. Ich würde ja schon ganz gerne, ähm, den Auftrag jetzt entgegennehmen. Aber, ohne Witz, ich hätte ganz gerne ein Bestechungsgeschenk, weil, wenn der Multiplikator weg ist, das ist echt doof, ne? Und das war gestern, glaube ich, auch mit meinem Glück. Ich habe nicht einmal Multiplikator, äh, verloren. Aber ich kriege hier gerade immer nur ein Maschinengewehre. Wo können wir denn mal einen Multiplikator finden? Ich gehe mal ein bisschen hier so rumgucken. Oh, 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 oh. Sehr schreck. Ja, komm, fahr gegen das Schild. Sehr gut, Alex. Noch, wenn wir nicht... Oh, da ist nochmal, äh, äh, Info. Nö, mit. Ich muss dieser Spaß ein paar Leute auf den Mütze hauen. Naja, das wissen wir ja, dass wir Aufträge erfüllen müssen und so weiter. Alles, alles kein Problem. Ist hier unten vielleicht was? Warte mal, war da gerade was? Warte, war da gerade eine Kiste? Ne, ich habe gerade gedacht, da wäre eine Kiste. Ich gucke mich nochmal kurz hier unten um. Vielleicht ist hier was versteckt. Hier hinten so im Grünen. Es gibt übrigens auch Amokläufe. Also, also, Killerwahn heißen sie ja hier noch. Amokläufe heißen sie, glaube ich, erst später. In Teil 3, glaube ich. Vorheißen sie Killerwahn. Hier ist halt nix. Schade. Und, ähm, ja, also die gibt es hier auch. Und ich habe auch gestern ein, zwei geschafft. Und das war auch ganz witzig. Ich hatte einmal was mit einem Flammenwerfer. Und ich glaube, einmal mit einem Raketenwerfer. Das war eine, du kommst aus dem Knast, Freikarte. Sehr gut, jetzt können wir auch weiterarbeiten. Ähm, ja. Und, äh, jedes Mal habe ich einmal mit einem Flammenwerfer einen Typ abgefackelt. Und einmal mit einem Raketenwerfer ein Auto abgeschossen. Und direkt den Killerwahn geschafft. Weil mein Multiplikator schon so gut war. Also, das, das war Wahnsinn. Die haben wir richtig schnell erfüllt. Und ansonsten, ja. Also, wie gesagt, ist das Spiel halt sehr, sehr ähnlich zum Hauptspiel. Ja, da oben sind Telefone. Ich muss erst mal hier rumfahren. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und, ja. Ich labere gerade sehr viel, das ist mir bewusst. Aber das kommt auch daher, weil ich halt so viel nacherzählen muss praktisch jetzt von gestern. So. Zweiter Auftrag. Und wir gucken mal, was jetzt genau passiert. Wir haben für, das ist so geiles Deutsch, wir haben für den Fußball gewettet. Eine große Wette. Bei uns werden keine Wetten verloren. Im Zentrum von Brixton ist ein Raketenwerfer. Gehe und schnapp ihn dir. Da finde ich allein den Zusammenhang der Nachricht total bescheuert. Und wenn wir die Texte mal nicht zu Ende lesen können, dann drücken wir einfach Select und wir können den Text nochmal lesen. Hier. Als Beispiel. Finde ich auch sehr schön. Also ich habe mich schon ein bisschen vertraut gemacht mit dem Spiel. Oh Gott, muss nicht ins Wasser fallen. Das habe ich auch noch nicht hingekriegt, ne? Ich glaube nicht, ne. So. Mal gucken, ob wir die Mission noch schaffen. Bevor wir dann, oder bevor ich euch dann praktisch einmal offiziell verabschiede, mache ich ja immer gerne nach dem ersten Let's Play Part, dass ich einmal Tschüss sage. Ansonsten werdet ihr das wahrscheinlich nicht so regelmäßig erleben. Immer nur dann, wenn ich die Aufnahme beginne. Oder ende. Beende. Ja, ich beginne die Aufnahme und verabschiede mich bei euch. Genauso mache ich das immer. Nein. Wenn ich sie beende, natürlich. So, not Bricks. Oh Gott. Ich fahre aber auch wieder. Ja, das... Entschuldigung. Ja, ich weiß. Ich schiebe es immer auf den Linksverkehr. Aber es ist auch tatsächlich so. Bisschen Waffen aufrüsten hier. Vielleicht finde ich auch nochmal einen Flammenwerfer. Oh, das war der Raketenwerfer. Alles klar. Geh jetzt und jagst den Trainer von den Rangers in die Luft. Okay. Der Bus fährt... Wir besorgen der Mann schon eine andere Fahrgelegenheit. Okay. Den Trainer in die Luft jagen. Alles klar. Das ist der Trainer. Der Trainer ist jetzt mit dem Bus unterwegs. Das finde ich total interessant, dass sie halt echt so eine Geschichte zusammengesponnen haben. Na, fahre mich jetzt nicht um. Mit Fußball und so. Weil ja England auch für Fußball bekannt ist. Ich will das so... Nein! 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 Ich will doch gar nicht da rein! Scheiße! Das wollte ich gar nicht. Super. Jetzt kann ich... Ja, jetzt kann ich auch gleich nehmen. Wir haben der Mannschaft gesagt, ich hab da so nur mit Taxis fahren. Okay. Ja, ich fahre mal... Was? Was muss ich machen? Eins davon wirst du... Achso, eins davon wirst du fahren. Alles klar. Ich muss mir das Taxi holen. Da ist es ja schon. Wow. So. Wieder rein. Sehr schön. Okay. Die Mittelfeldspiele... Was? Das Mittelfeld holen wir jetzt ab. Anscheinend. Okay, ja. Ja, ich kann mich sogar dunkel daran erinnern an die Mission. Ah, ich bin schon wieder auf der rechten Seite unterwegs. Hatte ich das eigentlich schon erwähnt? Also Steffi und ich sind ja dieses... Ah, ich bin vorbeigefahren. Steffi und ich sind ja dieses Jahr mal international auf Urlaub. Wir haben nämlich Urlaub in Schottland. Ach, da muss ich anhalten, da wo die Polizei jetzt steht. Super. Also wie gesagt, wir sind in Schottland unterwegs. Und da wird aber glücklicherweise Steffi dann Auto fahren. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Das sind die Spieler. Okay. Habe ich alle? Haben alle. Bring die nutzlosen Bastarde zur Garage. Also das wird ein sehr, sehr interessantes Urlaubsvideo diesmal geben. Ein spezielles Urlaubsvideo, weil wir halt wie gesagt in England unterwegs sind. Also in Schottland. Und ja, wird mal was ganz anderes. Bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Und ja, gucken wir mal, ne? Ist das zufällig ein Besteckungsgeschenk? Nein. Bewaffnung. Genau. Das wollte ich euch gestern schon fragen. Was ist das? Also, ähm, ich habe das noch nicht rausgefunden. Da oben ist jetzt so dieses gelbe, äh, Diet steht drauf. Dreimal ist er aufgeploppt. Was bedeutet das? Was ist Bewaffnung? Ich weiß doch nicht, wie ich das ausrüsten soll. Das ist einfach immer nur permanent da. Oder heißt das einfach nur, dass unsere Waffen alle aufgefüllt sind? Ne, anscheinend nicht. Weil der Flammenwerfer ist nicht voll. Also, wie gesagt. Wenn ihr das wisst, was ich damit anfangen kann, mit Bewaffnung. Noch eine gefängnisfreie Karte. Geil. Oh, muss ich da merken. Wo sind wir hier gerade? Brixton. Okay, West Brixton. Merken. West Brixton im Park ist eine Karte. So, da. Ich bin ja schon unterwegs. Ach, da rein. So, einmal drehen. Und rein da. Das ist ja schön. Ha. Das läuft doch wunderbar. Oh, eine Schwanne Limo neben mir. Wir haben sogar noch ein paar Minütchen. Und, äh, immer noch der erste Part tatsächlich. Wir haben schon zwei Aufträge erfüllt. Also zwei reguläre. Plus die Trainingsmission. Also, ich habe auch so das Gefühl, dass dieses Spiel ein bisschen besser von der Hand geht. Oder ich bin einfach jetzt schon durch das Hauptspiel so gut, äh, ja, dran gewöhnt, dass mir das jetzt nicht mehr so viel ausmacht, die ganzen Missionen. Ähm, natürlich werden die auch noch ein bisschen anspruchsvoller. Das ist klar. Aber ich habe echt den Eindruck, dass ich mit diesem Spiel besser zurechtkomme, als mit dem Hauptspiel. Und das macht echt Bock. Also, das Hauptspiel hat auch Bock gemacht. Nicht falsch verstehen, ne? Aber ich finde es gerade richtig cool. Das macht auch jetzt schon wieder richtig Bock. Ich hoffe, dass die Aufnahme diesmal auch jetzt funktioniert. Aber sollte eigentlich. Ich habe jetzt eigentlich nichts, äh, bemerkt. Gut, das war letztes Mal auch nicht. Aber, nee, nee, das sollte jetzt schon klappen. Oh, hier ist ein Panzer. Oh Gott. Oh, scheiße. Ich habe ja der Gefängnis frei gehabt. Nee, ich mache, nee, mache ich jetzt nicht. Wir merken uns das mal für irgendwann. Wo sind wir hier? Das ist das Haus. Ich, ja, ich muss mir das gleich mal kurz aufschreiben. Das Haus-Hawk ist ein Panzer. Da, okay. So. Also, irgendwann werden wir uns den, den mal vornehmen, den Panzer, denke ich. Wir müssen ja hier auch schon rumballern. Gefunden habe ich den gestern, glaube ich, auch schon. Und dann aber, haha. Habt ihr wieder vergessen, dass es den gab anscheinend. Ja, ist ja gut. So. Also, da müssen gleich die Telefone kommen, hier, ne? Jawohl. So, dann nehmen wir das hier. Den dritten Auftrag. Gucken wir schon mal rein. Hoffentlich ist es kein Zeitauftrag. Wir haben einen zweifelhaften Drogendeal mit der Mod-Gang arrangiert. Geht zu ihrem Club in West-Chelsea und trifft dich mit diesen Gestalten. Okay. Wollen wir mal gucken. West-Chelsea. Übrigens, dieses, äh, dieser Stadtteil Bow, der ist für mich so ein bisschen das Ghetto, habe ich so festgestellt. Also, irgendwie, ja, da sind so ganz merkwürdige, zwielichtige Gestalten und komische Geschäfte werden immer abgewickelt im Bow. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Ghetto-Bereich. Es gibt sogar noch eine Mission später, wo wir dann im Tower sind, glaube ich. So hieß es jedenfalls. Also, ja, es ist nicht wirklich das Tower zu erkennen, ne? Aber es soll der Tower sein und das finde ich ganz witzig. Und es gibt irgendeine Autoart, ich glaube, es sind die Pickups hier, die richtig geile Musik haben, die ich total, ja, so eine fröhliche Musik, die eigentlich gar nicht wirklich passt. So, soll ich mit dem reden? Hi. Hey, ich rede mal mit dir. Das sind keine Mäuse, ich weiß nicht, wo sie sind. Und jetzt verpiss dich, bevor ich die Bullen rufe. Ja, das war ein Mann nett gewesen. Knall ihm eine. Also, ja, und ich glaube, ich habe gestern den Fehler gemacht, ihn zu erschießen. Finger weg, lass los. Die Versuchs sind auf dem Dach eines Gebäudes im Südwesten von Westminster. Sie erwarten eine Lieferung Speed. Okay. Okay, dann fahren wir da jetzt mal eben hin. Ja, ich glaube, die Mission habe ich gestern nicht geschafft, weil ich den einfach über den Haufen geschossen habe. Da habe ich nicht genau genug gelesen. Da stand halt, verpass ihm eine oder knall ihm eine. Und ich habe ihn dann abgeknallt. Ja, das war jetzt nicht so gewollt. Oh, geil. Das ist das erste Mal, dass wir aufs Dach können. Also, das ist die erste Stelle, die ich sehe, wo wir aufs Dach können. Ich habe gestern noch gesagt, kann man hier gar nicht in dem Spiel, aber doch kann man. So, was haben wir da? Flammenwerfer. Flammenwerfer. Leg sie um. Aha. Schnapp dir das Motorrad und fahr geradeaus. Du wirst vom Dach springen müssen. Okay. Geradeaus. Ahem. Ja. War doch super, ne? Aber immerhin, wir haben unseren Multiplikator behalten. Wir haben zwar ein Leben verloren, das ist aber nicht so wild. Sehr interessant. Ja, hat doch gut geklappt. Immerhin war das jetzt ein schönes Ende für den Part. Ich finde dieses Auto hier links neben uns, ne? Das sieht aus, als hätte es so einen Schatten, die ganz permanent auf sich drauf. Sieht sehr merkwürdig aus. Ja, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall wieder neue Waffen besorgen. Das ist Killer-Wahn. Das ist Killer-Wahn. Scheiße. Okay, dann machen wir jetzt mal. Okay. Bäm. Guck. Da. Wieder. Ein Schuss. Und geschafft. Oh, da liegt ein schönes Auto vor. Da steht ein schönes Auto. Ja, das sind die schnellsten Killer-Wahn. Was waren es überhaupt hier? So, ich stelle hier mal ein schönes Auto. Und ja, ich werde jetzt mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Vielleicht nochmal kurz aufschreiben, wo jetzt der Panzer war und wo dieser eine Gefängniskarte war. Wer ich es noch weiß. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich mache mich schon mal auf den Weg zum nächsten Auftrag. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denn das Let's Play macht Spaß. Also für mich jedenfalls. So, euer Alex sagt tschau. Bis zum nächsten Mal.